Grüß Gott, liebe Zuschauer. Keine Sorge, das ist nicht der neue Golfer Piercing, das ist meine Übung. Ich habe immer ein Problem gehabt mit einem Hook. Was ich getan habe, ich habe eine kleine Stange hier durch die Knöpfe hier durchgezogen. Und mit dieser Stange, ich weiß sofort, ob mein Schläger schafft, wenn ich hinunterkomme, zu stark von innen komme, oder ob meine Hände richtig vor meinem Körper bleiben. So, ich nehme mein Stellung. Gerade. So, beim Ausholbewegung, Unterschlag, ich werde versuchen, dass meine Hände vor meinem Körper bleiben. Probieren wir einfach. Der Schlag ist gut gelungen. Vorteil mit dieser Übung, Sie wissen sofort, ob das richtig oder falsch ist. Entweder der Schläger schafft, wird die Stange berührt. Manchmal passiert das, dass der Zeigefinger das berührt auch. Das tut ein bisschen weh. Aber ich bin sicher, dass wenn Sie das ein paar Mal schaffen, dass Sie dann die Belli nicht so stark hucken werden. Bis bald, bis zum nächsten Mal.